Servus liebe Trader, gerade die Wachstumsaktien, die ja teilweise höher bewertet sind, sind zuletzt stärker unter Druck gekommen. Verantwortlich waren hier vor allem zunehmende Zinsängste, aber auch die Virusvariante Omikron. Und jetzt, gerade diese Woche, sehen wir hier eine kräftige Erholungsbewegung. Es ergeben sich schlagartig viele neue Trading Setups und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit dem Trading Desk mit wenigen Klicks spannende Setups finden könnt. Ich bin hier auf Traderfox.com schon eingeloggt und heute nutzen wir einfach mal unseren Guru Desk Nikola Stawas. Der legendäre Trendfolgetrader hat nämlich eines festgestellt, wie seine Kollegen William O'Neill, Mark Minervini, Daniel Sanger, wie sie nicht alle heißen, dass man Wachstumsaktien vor allem dann kaufen sollte, wenn sie relative Stärke zeigen, wenn sie ein Eigenleben entwickeln und wenn sie sich auch entgegen des Gesamtmarkts nach oben entwickeln können. Anhand seiner Strategie haben wir mit dem Neo-Dava-Screening einige Anpassungen vorgenommen, um vor allem diese Bullenaktien rasch finden zu können. Wir achten hier jetzt zum Beispiel bei den 2000 größten US-Aktien nach der Marktkapitalisierung darauf, welche Aktien konnten innerhalb der letzten 20 Handelstage ein neues Hoch markieren. Das heißt, welche Aktien befinden sich auf dem Weg nach oben oder zumindest in einer kurz- bis mittelfristigen Seitwärtsbewegung, einer Konsolidierung. Welche Aktien konnten auch schon 70% von ihrem 52-Wochen-Tief zulegen? Wir sehen, meistens starten große Aufwärtsbewegungen, also Rallye-Bewegungen aus einem bestehenden Aufwärtstrend heraus und so finden wir dann relativ rasch neue Breakout-Kandidaten. Zusätzlich hier eingebunden ist auch der Faktor Trendstabilität. Umso höher die Trendstabilität bei einer Aktie, schauen wir uns da mal vielleicht einen Kandidaten an, desto stabiler ist auch hier der Aufwärtstrend und das sieht man hier zum Beispiel sehr schön bei einer Plymouth Industrial, ein REIT, dass es hier wie an der Schnur gezogen nach oben geht. Das heißt, auch die Trendstabilität gerade in volatilen Marktphasen ein Qualitätskriterium. Heute schauen wir aber zunächst mal, wo gibt es denn Aktien, die sich gerade wieder dem 52-Wochen-Hoch nähern können und spannend gleich hier der erste Kandidat, eine Advanced Drainage Systems, wie es der Name schon andeutet. Hier geht es um Drainagesysteme, also Wassermanagementlösungen. Die Aktie zuletzt mit einem Umsatzplus von 29% in etwa konnte hier nach den Quartalszahlen mal nach oben ausbrechen, hat jetzt einige Zeit konsolidiert und die letzten zwei, drei Tage ging es jetzt wieder auf ein neues Hoch nach oben. Die Trendfortsetzung könnte damit jetzt auch gestartet sein. Das Unternehmen profitiert einerseits natürlich von den zahlreichen Immobilienprojekten, aber auch Infrastrukturprojekten. Man macht eigentlich nichts anderes als mit den Wassermanagementlösungen. Rohre unterhalb des Erdreichs, unterhalb von Straßen, Gebäuden etc. zu verlegen, um so gegen Überschwemmungen und starke Regengüsse zu schützen. Da nimmt der Bedarf weiterhin zu, aufgrund auch der extremeren Wetterphänomene. Die Auftragslage ist sehr gut. Gleichzeitig stößt man durch Übernahmen in neue Märkte vor. Abseits dieses Drainagegeschäfts hat man zum Beispiel Jet Polymer übernommen. Gerade erst dadurch sichert man sich den zweitgrößten Kunststoffrecycler in den USA, der gleichzeitig auch der wichtigste Zulieferer mit dem Polypropymär-Kunststoff für die Rohre von Advanced Drainage Systems ist und jetzt natürlich auch dann zusätzliche Möglichkeiten im Recyclinggeschäft bietet. Gleichzeitig hat man zum Beispiel zuvor auch schon Infiltrator Water Technologies aufgekauft. Da geht es dann vor allem um die Abwasserbehandlung. Also insgesamt ein spannender Infrastrukturprofiteur, der jetzt gerade nach oben rauszieht und das auch vor den Indizes. Sehr schönes Chartbild sollte man vielleicht hier jetzt auch wieder im Blick behalten. Was ansonsten auch immer noch auffällt, wir haben immer noch eine sehr starke Halbleiterbranche. Gerade die Ausgaben für Way4Fab-Equipment dürften weiterhin stark steigen. Experten-Schätzungen gehen unter anderem davon aus, dass der Markt von etwas über 80 Milliarden Dollar, was die Ausgaben betrifft, jetzt bis zum Ende der Dekade um 9,6 Prozent pro Jahr zulegen dürfte. Trends wie 5G, KI, Cloud, autonomes Fahren und so weiter sorgen hier natürlich für einen zunehmenden Bedarf, nicht zuletzt auch in der Automobilindustrie, wo Halbleiter einfach sehr stark gefragt sind. Entsprechend werden immer mehr Fabriken gebaut und einer der führenden Zulieferer ist hier Applied Materials. Man ist einer der bedeutendsten Chip-Maschinenbauer, dürfte entsprechend von diesen Investitionen auch profitieren und auch hier sehen wir, dass sich die Aktie jetzt gerade wieder nach einer länger anhaltenden Seitwärtsphase auf den Weg zu neuen Hochs begibt und jetzt hier zeitnah auch den Breakout eventuell schon heute starten könnte. Ich kann hier einfach einen Kursalarm platzieren, kann mich dann sofort über eine mögliche Trendfortsetzung informieren lassen. Also Applied Materials ist mehr oder weniger auch so eine Basistrading-Möglichkeit, um hier bei diesem Trend auch dabei zu sein und von diesen steigenden Investitionen zu profitieren. Im Softwarebereich gibt es aber auch zum Beispiel sehr schön eine Equifax. Auch da geht jetzt eine Konsolidierung zu Ende. Die Aktie hat hier zuletzt schön konsolidiert und könnte jetzt eben hier neue Hochs generieren. Das Unternehmen macht eigentlich nichts anderes, als dass maschinelles Lernen eingesetzt wird, um verschiedene Verbraucher- und Unternehmensdaten zu analysieren und dann zum Beispiel Banken eine verbesserte Risikominimierung zu liefern bei der Kreditvergabe, indem man einfach die Verbraucher besser einschätzen kann, die Bonität der Verbraucher. Kurz zusammengefasst profitiert das Unternehmen auch von der Macht der Daten. Daten sind ja das neue Öl bekanntlich. Ein sehr schönes Trading-Setup. Es gibt derzeit wirklich sehr viele spannende Kandidaten. In der Rubrik Tech & Growth haben wir gerade auch auf eine OmniCell aufmerksam gemacht. Hier gab es zuletzt wieder eine spannende Übernahme. Das Unternehmen ist hier im Gesundheitsbereich tätig, also ein Technologieunternehmen, das zum Beispiel öffentlichen Apotheken und Krankenhäusern automatisierte Medikationsmanagementsysteme zur Verfügung stellt. Es geht darum, Medikamente schneller einzulagern, zu sortieren und auch auszugeben, Medikationsfehler zu vermeiden und die Kosten zu senken. Jetzt hat man zum Beispiel Recept übernommen, schafft sich somit auch Zugang zu Spezialapotheken, was besonders seltene und aufwendig zu behandelnde Krankheiten betrifft. Es gab eine Kurszielanhebung auf 203 Dollar diese Woche und auch hier ein spannender Breakout-Kandidat. Man sieht schon, die Liste ist wirklich sehr lang aktuell. Viele Kandidaten mit neuen Aufwärtsbewegungen, die man jetzt vielleicht im Blick behalten sollte. Mit dem Guru Desk Nicolas Davos ist man immer sofort top informiert und findet spannende Breakout-Chancen vor. Was benötigt ihr, um dieses Screening durchführen zu können? Auf Traderfox.de, ich logge mich hier mal kurz aus, gibt es den Bestellenreiter. Dort gibt es die Traderfox Börsensoftware für 29 Euro im Monat. Da ist dieser Guru Desk mit dabei. Der Umfang ist aber auch noch weit größer. Wenn ihr den genauer kennenlernen wollt, findet ihr ein Anleitungsvideo in der Beschreibung. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Screenen und natürlich viel Erfolg mit euren Trades.